Und der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagest, doch sag ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr Segen werdet des Menschen zu sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, wer hat Gott gelästert? Was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehöret, was blühtet euch? Sie antworteten und sprachen, Ich beschwöre dich, ich beschwöre dich. Da speierten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Wettliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen. Wie soll es sein, wie soll es sein? Untertitelung des ZDF, 2020